Hallo, wir sind's, Anita und Claudia von aktivdurchdasleben.de. Wir sind heute unterwegs mal wieder auf einer Traumschleife und zwar auf der Traumschleife Burgstadt-Pfad in Kastlauen, rund um Kastlauen, nicht in Kastlauen. Das wäre ja nix, weil das ist ja eine Stadt. Nein, wir sind in der Natur draußen, hier rundherum und wir laufen über kleine Pfade auf der Traumschleife Burgstadt-Pfad und diese Schilder zeigen uns, wo wir lang müssen. Die sehen wir heute auch, manchmal sehen wir die nicht. Das liegt aber da nicht an der Ausschilderung, sondern tatsächlich an uns. Dieser Weg, den wir heute laufen, der ist echt süß. Der ist 7,4 Kilometer lang. Von der Steigung her sehr moderat. Wir haben 92 Meter hinauf und 92 Meter hinab. Ein bisschen aufpassen muss man, weil es ist ein bisschen matschig. Also wir haben hier wundervolle Natur. Irgendwie die Bäume und die Gräser, die schlafen noch. Aber die Vögelchen, die sind hellwach. An manchen Stellen kannst du hier Schwärme von Maisen beobachten, die sich leider nicht so gut ablichten lassen. Hier haben wir wieder ein Schild. Wir haben es beachtet. Und das ist eine Traumschleife, die tatsächlich für die ganze Familie geeignet ist. Für kleinere Kinder, für große, für ältere und auch für uns. Und so wandern wir hier entlang. Und dann auch rüber. Und wollen euch einfach diese kleine Traumschleife ein bisschen näher bringen. Das Wetter spielt mit. Wenn man will, kann man rasten. Schaut euch den Himmel an. Die Sonne. Sie kommt raus. Es ist einfach schön. Sonntags, nachmittags. Gleich wollen wir noch gucken, dass wir zum Kaffee Maul kommen. Da ist heute ein kleines Event mit einer Lesung. Und deswegen habt einen schönen Sonntag noch. Wir grüßen euch lieb. Bis dann. Wir müssen aufpassen, da ist wieder ein Schild. Bis dann vorbei. Bis zum nächsten Mal.